Hallo zusammen, verschwommene Sehnen ist ein sehr häufiges Syndrom bei älteren Menschen und es kann ein Syndrom für ehrenhafte Probleme wie Konjunktivität, Katarakte oder sogar Diabetes sein. In diesem Video zeige ich Ihnen ein Rezept, das Ihnen hielt, verschwommene Sehnen zu bekämpfen und gleichzeitig Ihre Sehkraft auf natürliche Weise zu verbessern. Die erste Zutat ist SpinNut. Nehmen Sie eine Handvolle SpinNut und hacken Sie ihn, bis er eine Tasse vor ist. Laut einer amerikanischen Studie aus dem Jahr 2007, wird sich der regelmäßige Verschärfungspinat positiv auf die Augengesundheit aus und schützeffektiv vor Augendegeneration. Die SpinNut enthartenen Anoxidatien wie Lutin und Cersatin können Ihre Augen vor blauem Licht der Sonne schützen. Blaues Licht kann oxidativen Streit und Freikale verursachen, die die Augen schädigen und Makulatigeneration verursachen können. Geben Sie nun den SpinNut in den Mixer. Die zweite Zutat ist eine Karote. Karote in kleinen Stücke schneiden Karoten enthalten eine Vielzahl von Vitaminen, darüber Vitamin A, das die Gesundheit ihrer Augen verbessern kann. Vitamin A kann ihre Hohentraue schützen und ihr Risiko für Katarag und alterbedingte Makulatigeneration vergehen. An der Phase kann ein Vitamin A mangel zu trockenen Augen, nach Blintheid und sogar Seedverlust führen. Geben Sie nun die Karote in den Mixer. Die nächste Zutat ist eine rote Beter. Rote Beter Seelen, dann kleinen Stücke schneiden Rote Beter sind reißend an eines der Tieren, es fördert die Augen Gesundheit und schützt ihre Augen vor Katarag. Darüber hinaus zeigt die Vorstellung, dass der Versehr von rote Beter das so weit ran kann, das Risiko einer Art der Bedingten, Makulatigeneration in ihrer führenden Stadien zu verringen, einer der Hauptgussagen für Erblendung. Geben Sie nun die rote Beter in den Mixer. Die letzte Zutat ist ein kleines Stück Ingwer. Ingwer Seelen, dann Ingwer in den Mixer geben. Der würstige Geschmack von Ingwer bietet in Kombination mit Karoten ein außergewöhnliches Getränk. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass Ingwer zur Verbesserung der Seelkraft beiträgt. 3,5 Liter Wasser in den Mixer geben. 3,5 Liter Wasser in den Mixer geben. 4,5 Liter Wasser in den Mixer geben. 5,5 Liter Wasser in den Mixer geben. 5,5 Liter Wasser in den Mixer geben. 6,5 Liter Wasser in den Mixer geben. Anschließend die Zutaten pohieren. Nach dem Mixen, finden Sie die Mixung, was Ei siebt. Sie können die Mixung auch direkt ohne Absalte trinken, wenn Sie möchten. Bis zum nächsten Mal. In einer Tasse gießen und sofort genießen für maximale Vorteile für ihre Augen.